Shakespeare's Tragödie von Macbeth wird in diesem Jahr bei den Opernfestspielen in Heidenheim gegeben. Sie haben gutes Wetter mitgebracht und Sie haben den Rittersaal voll gemacht. Herzlich willkommen heute Abend zu unserer Generalprobe zu Macbeth, dieser wunderbaren Verdi-Oper. Beeindruckend inszeniert wurde diese Verdi-Oper, die den Aufstieg des königlichen Heerführers Macbeth zum König von Schottland, seinen Wandel zum Tyrannen und seinen Fall darstellt. Die Stuttgarter Philharmoniker, der tschechische Philharmonische Chor aus Brünn und eine Vielzahl von Gesangssolisten bieten unter Opern Festspieldirektor Markus Bosch und in der Regie von Hermann Schneider eine sehr stimmige Darbietung im altehrwürdigen Rittersaal von Schloss Hellenstein. Musik Applaus Applaus Applaus